Ja, hier ist wieder euer Falk und das ist nun inzwischen die achte Kiste der 35 Kisten Modellautosammlung, Maßstab 1 zu 18. Ja, dann gucken wir nochmal zusammen rein, was hier schönes drin ist. Da geht es doch schon mal etwas gelten los. Ein schönes Taxi Yellow Cap. Ein Chevy Impala. Von Meisto. Ja, da können die Türen auf, die Kofferraumklappe, die Motorhaube, hier sogar Taxiometer alles drin. Ist auch alles dran, sehr schön. Wie neu kommt in den Verkauf. Ja, auf meiner Seite, Modellautos-Dresden.de, könnt ihr dann die ganzen schönen Dinge kaufen. So, was haben wir denn hier? Ein TR6. Von Erdl. Triumph TR6. Kleiner englischer Roadster. Türen gehen auf und die Motorhaube. Spiegel. Spiegel. Hier hat er ihn gehabt. Aber der fehlt. So, weiter im Text. Und hier habe ich wieder so eine Pickup-Kiste erwischt. Das haben wir von Welli ein Chevy Silverado Baujahr 99 im klassischen Schwarz. So, also die Ladefläche geht hinten auf. Die Türen gehen auf. Und auch die Motorhaube. Alles ganz, alles dran. Alles prima. Und hier wird eingestellt. Oh, um Gottes Willen, das ist ja ein riesen Vieh. Ein Ram 3500 von Dodge. Ja, wer macht's? Anson. Aha. Dodge M3,5. Ja, Anson-Modell. Nicht schlecht. Gut, ihr Reifen. Geht auch alles Mögliche wieder auf hier. Und es ist schwer. Was ist denn hier vorne? Was weiß es? Oh. Wann sind's da? So. Der nächste Pickup. Auch ein Dodge. Und zwar, was für einer? Steht wieder nicht. Da haben wir Kreisler Corporation. Anson-Modell. So, mal hier gucken. V8 hat er. Dodge Dakota Sport. Hier haben wir es auf. Ne, das Hektik geht nicht auf bei dem. Nur die Türen. Und die Motorhaube. Im Rot. Oh. Nur so ein Ding. Dodge 2500 V10. Diesmal von Ertel. In der Baujahrne. So, was ist das für eine Farbe? Schwarz. Schimmert so ein bisschen grünlich. Aber es ist wohl eher schwarz. Motorhaube, Türen. Und die Hecklappe. Sind zu. So, die Dinger sind so fett. Jetzt haben wir hier noch für ein Vollfettstufen. Teil. Ein Chevy. Wieder von Anson. Chevy Silverado. 3500 hier. Mit fetten Duelli-Drivers. Das geht auf. Auch die Türen. Und die Halbe geht auch öff. Bisschen schwer. Spiegel sind auch dran. Ein bisschen putzen. Ist der auch wieder wie neu. Ah, jetzt kommen wir hier auf zu den alten Karnen. Geiles Teil. Ein Buick. Ein Buick Centauri von Nira aus Spanien. Bayer 55. Die Türen gehen auf. Hier ist noch ein Klebeband dran. Sonst muss ich dann mal gucken. Die Hecklappe geht auf. Mit dem Ersatzrad. Wo der Haube auch. Jetzt nehme ich auch die Klebebänder drauf. Und das ist von San Francisco Fire Department. Und jetzt haben wir wieder zu Ende. Schweinevieh. Deutschram 3500. Mit Kipper. Kipper mit. Das ist eine Viehzäunumrandung hier. Da können Sie Ihre Schafe zur Weite transportieren. Das müsste ja auch wieder Bansons sein. Genau. Wie vorhin der selbe Modell. Andere Variante. Dodge Durango. Das ist ja ganz schön hochgelegt. Dodge Durango SLT. Von Anson. Die haben ja hier die ganze Dodge Royale gemacht. So. Türen gehen auf. Die Heckklappe sollte auch gehen. Genau. Geht auf. Und das sollte auch wieder schwarz sein. Und jetzt haben wir wieder so ein Buick wie eben. Genau. Von Mira 1955. Made in Spanien. Sun State Patrol. Schwarz-Klassiker in der Sitzbank hier. Wüsste ich. Gibt keine Einzelsitze. Klappen gehen auf. Nicht schlecht. Was ist das denn hier? In Lincoln. Nichts. Oh, wie es sieht. Autoort. In Lincoln Navigator. So ist das. Hier ist das klar. Hier gehen auch alle vier Türen auf. Und die Heckklappe. Jawohl. Geht hoch. Und vorne auch. Das habe ich vorhin schon gesehen. Das ist schief. Der Grill. Den müssen wir wieder ankleben. Ich bin gleich mal rein. So. Die Antenne ist hier natürlich etwas verbogen. Alles hier. So. Aber. Geiles Teil. So. Was haben wir noch? Ford Expedition XLT. Von UT-Modells. So ist alles vorhanden. Geht hoch. Haube. Türen. Wollen wir die Vordtür? Geht hoch. Die Hintertür. Könnte eine ÖF gehen. Hier ist ein Spalter. Krieg ich jetzt nie öfter. Reihe. Verklappen. In Beige Metallic. Was ist das denn? Chevy SSR 2000. Ich sehe nie, was kommt. Oder war das bloß eine Studie. Auf alle Viertel geht die Klappe öff. Und hier ist auch ein 5,5 Liter Motor drin. Die Türen gehen auch auf. Hier hinten ist aber alles zu. Die Farbe ist schön. Schönes leuchtendes Blau. Cooles Teil. Ich habe jetzt gesagt Jaguar. Ja, Jaguar XK 180 von Meistu. Da geht auch hinten der Kofferraum auf. Vorne die Motorhaube. Mein Handy gestockt. Und die Türen. In einem schönen grünen Metallic. Cooles Teil. Wieder ein Buick. Jawohl. Der dritte Buick der Serie. Buick Century 55. Von Mira. Diesmal als Cabriolet. Schön. Oben offen. So, Vierer haben wir noch. Und zwar, hier ist einer mit kleiner Scheibe. Die ist gerade abgefahren. Und zwar ein Autoart Jaguar 120C. Sieht voll ein bisschen aus wie Wiesmann, oder? Was sagt ihr? Boah. Geiler Motor. Guckt mal hier. Cool gemacht. Geht hier die Tür auf. Also die rechte Tür geht auf. Die linke nicht. Da ist keine quasi. So lustig. Auch nicht schlecht. Was seltenes. So, wenn wir hier gerade bei Jaguar waren. Haben wir hier einen schönen XK. von Maisto. Gut, was ist denn so eine Farbe? Lila? Lila-Schwarz? Ziemlich dunkel. Hier geht auch die Haube auf. So sieht er aus. Auch prima. Schalbys Serie 1 1999 von Burrago. Das ist Made in Italy noch. Die Scheiben für die Tür. Und die Haube. Und die Haube. Kärferschalbyserung und direkt auf der Motorhaube unterschrieben. Und hier auf dem Beifahrers, wo die Plakette. Dass es so und so viel Stück davon gibt. Und das letzte Modell, das besonders feines, ist ein Audi. Audi 100 Coupé S von Anson. Der ist aber richtig geil. Hier gehen so die Türen öffnen mit Scheibe. So, hier haben wir den Kofferrahmen. Und die Motorhaube kriegt man auch geöffnet. Schönes Orange. Herrlich. Gefällt mir. Alles dran. Sehr schönes Modell. Ja, wenn es gefallen hat, dann müsst ihr natürlich unbedingt den Kanal abonnieren. Es gibt ja noch ein paar Kistchen. Wir waren jetzt hier bei Nummer 8. Gleich mal polieren. Und als nächstes kommt die Nummer. Na, ihr wisst schon. Dann bis bald. Euer Falk. Ja, ihr wisst schon. Joll mio.